Joach, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe endlich den Iconic Skin und den Tanz dazu Szenario. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Den bekommt man, glaube ich, im Kauf vom neuen Samsung Galaxy S10 oder S10 Plus, keine Ahnung. Dann hier ist erstmal ein neuer Shop und ich sehe schon, mein Creator Code wurde entfernt, Arianefn. Ja, der wird immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator Code Arianefn ergeben würdet. Dann bestätigen. Ganz einfach und der wird halt immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihn immer wieder eintragen würdet. Und ja, dann haben sich auch mega viele gewünscht, dass ich mal wieder Solo vs. Squad spiele. Und das werde ich jetzt tun mit dem Iconic Skin. Los geht's. Der hat einfach den gleichen Backpack und den gleichen Splitshack wie ich. So, komm, Solo vs. Squad direkt erste Runde. Äh, Paradise. Ist das ein Lama? Oh, das ist der Schwarze. Das ist der Schwarze Ritter aus der Lobby. Ah, doch nicht. Nein, oder? Und das Lama gehört mir. Gib mir alles. Tja. Der klassische Modus ist so geil. Einfach nur wegen dieser Waffe. Aha. Fast, wie viele sind da? Jetzt wird's. Nee,ırım ist da. Aber das ist der Waffe. Ja, weil wir noch. Kein´ Point. Gein´ här. پëëëu. Oh, come on. Ah. Alter, was habe ich mit denen gemacht? Oh, was macht der denn da? So, komm, ich werde direkt bei ihm landen und ihm so einen 200er geben. Ja, okay, das geht auch. Was sind da? Sind das Gegner? Ich dachte erst, die wären komplett schlecht, aber die können auf jeden Fall bauen. So, komm, du wirst der Erste sein. Okay. 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 Warte, haben die gerade alle 3 einen 180er bekommen? Einen zweiten weiß ich nicht mehr und keiner von denen hatte Traps dabei, nur Bounce Pads Ein Rocket Launcher Die 180er die ganze Zeit Warum muss ich jetzt solche Gegner bekommen? Ja! Wo ist der? Ja! 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 Mit der Trap geholt Oder mit der Trap geholt Ja! 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 Nein! Ja! Ja! Das war's. Ich wusste nicht, wo er ist. Aha. Nein. Okay, komm. Wird er mich anschießen? Nein, er wurde fast gesnipet. Ich weiß nicht, dass ich das katte, Jens. Oh nein, es sind drei Leute. Nein, sie hat ihn geholt. Okay, ich muss das Jumphead benutzen. Noch ein Dreier-Team. Tja, das hast du davon. Ach. Ach. Alter, wie knapp. Ach. Und Nein. Nein. Alter. Das war's. Noch zwei... Was? Ja, und was macht der da? So, komm, ich finish erstmal den anderen. Ich versuch's den... komm, ich versuch den zu noscopen. Oh, der war sogar knapp. Nein, komm in die Zone. Oh, der war auf jeden Fall eine geile Runde, auch wenn der Trickshot hier zum Ende nicht geklappt hat. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen noch unterlassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.